Heute geht es um 3D-SVG-Grafik mit Illustrator. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute gibt es mal wieder ein bisschen was in die Design-Richtung und zwar geht es heute um Illustrator. Und zwar wurde ich in der Vergangenheit immer wieder gefragt, wie ich meine Titelbilder mache, weil da ja ab und zu so 3D-Objekte draus sind. Manchmal muss ich sagen, ich nehme sie einfach von Adobe Stock, wo ich sie einfach einkaufe, weil ich keine Zeit habe gerade, welche selber zu machen. Andere mache ich selbst. Und heute geht es darum, wie man 3D-Grafiken selber machen kann. Was heißt, so ein bisschen, dass die aus der Perspektive rauskommen. Das geht sehr, sehr einfach, macht viel Spaß und eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Das werden wir heute anhand eines kleinen Beispiels mal durchgehen. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr den Community-Server joinen. Ansonsten, wenn ihr die Dateien, also die Illustrator-Datei aus diesem Video haben wollt, unten in der Videobeschreibung ist Patreon verlinkt. Dort ist für alle Unterstützer die Datei freigeschaltet. Ansonsten, ja, verlieren wir keine Zeit, legen direkt los und viel Spaß. So und los geht es mit dem eigentlichen Video. Bevor wir gleich Illustrator starten, das ist die Grafik, die wir heute bauen werden. Das ist nicht sonderlich aufwendig, aber für den Arbeitsaufwand, sage ich mal, ein relativ cooles Ergebnis. Deswegen, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß. So und los geht es mit dem eigentlichen Video. Ich habe hier im Vorfeld schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich einfach mal eine Grafik aufgemacht, ein Illustrator-Fenster und habe mir einen Hintergrund hier reingezogen, also einfach eine Ebene erstellt und hier ein Rechteck hingezogen, was ich dann später mit diesem kleinen Schloss hier gesperrt habe. Ganz wichtig ist, benennt eure Sachen direkt von Anfang an, was heißt, nennt den Hintergrund einfach Hintergrund. Genug hierzu, wir brauchen jetzt erstmal eine neue Ebene, das könnt ihr hier unten machen. Da klicken wir einfach drauf, haben dann hier Ebene 2, wir nennen das Ganze jetzt Browser, weil das wird unser Browser-Fenster. Dazu klicken wir jetzt hier wieder auf dieses kleine Rechteck-Werkzeug und ziehen uns hier einfach ein Rechteck, was uns irgendwie gefällt. So, das ist unser Rechteck. Auf Bibliotheken kann ich jetzt hier schon einfach eine Farbe auswählen, zum Beispiel so einen Grauton nehme ich jetzt hier, drücke V, damit habe ich das Werkzeug hier oben ausgewählt, das ist einfach unser Auswahlwerkzeug und kann jetzt hier mit diesem Fahrrad-Werkzeug und so ein bisschen diese runden Ecken machen, wenn ihr hier auf diesen kleinen Punkt an dieser Ecke klickt. Das Ganze sieht jetzt schon mal nicht schlecht aus, allerdings hat ein Browser immer oben so ein kleines Fenster, deswegen markieren wir uns das Ganze drücken, Steuerung C und Steuerung B. Mit Steuerung B kopiert ihr einen Illustrator, also dupliziert ihr eine Maske genau an derselben Position, wo das Element davor liegt, was heißt, wenn ich jetzt hier rausklicke, hier oben weiter das Werkzeug ausgewählt habe, hier reinklicke, haben wir jetzt zwei, ich lösche das mal raus. Wenn ihr ganz normal nämlich Steuerung C, Steuerung V macht, dann passiert das, dass sich das alles ein bisschen verschiebt und das kann auch theoretisch manchmal auch einfach sich hier hin verschieben oder so und das ist dann nervig. Deswegen markiert das, Steuerung C, Steuerung B und es liegt direkt da drauf. Jetzt ziehen wir uns unsere neue Fläche einfach ein Stückchen runter, ein Stückchen weiter hoch, klicken hier raus, drücken wieder einmal A, damit wir dieses Werkzeug hier haben, das ist unser Direktauswahlwerkzeug, können jetzt hier reinklicken und klicken nur hier oben auf so einen Punkt und markieren den jetzt und ziehen den hier oben gerade. Dasselbe machen wir auch hier, ziehen den auch wieder gerade, drücken jetzt V, damit wir wieder unser Komplett außer Werkzeug haben, klicken hier rein und ziehen das Ganze so ein Stück runter. Das machen wir jetzt dunkel, beziehungsweise, nee, wir machen es andersrum, das machen wir dunkel und das machen wir hell. Okay, so jetzt haben wir hier oben so einen ganz, ganz leichten Farbverlauf drin, das können wir so lassen, aber das nächste, was wir jetzt brauchen, ist mehrere Ebenen. Das ist jetzt unsere erste Ebene, deswegen haben wir die Browser genannt, deswegen machen wir jetzt auch das Ganze in einer neuen Ebene, was heißt eine neue Ebene markieren. Das Ganze, beziehungsweise, wir brauchen nicht keine neue Ebene, das können wir weglassen, sondern wir nennen das hier jetzt Grafik und markieren uns unsere drei Rechtecke. Wieso haben wir drei Rechtecke? Das ist eine gute Frage. Das Rechteck hier ist too much, das kann weg und das Rechteck hier einmal markieren. So, so müssen wir das Ganze haben, das machen wir jetzt einfach in, oder markieren uns die beiden Sachen, drücken STRG und G und haben das Ganze gruppiert und nennen das hier jetzt Browser. So, das nächste, was wir brauchen, ist unsere erste Grafik. Das ist wieder hier einfach so ein Rechteck. Dieses Rechteck färbe ich jetzt wieder unter Bibliotheken, einfach in diesem schönen Blauton, gehe jetzt hier wieder rein, ziehe mir das Ganze wieder so ein bisschen rund, weil wir machen so ein bisschen runde Ecken in dieser Grafik und sagen jetzt hier, ich möchte jetzt mit dem Passwerkzeug, also könnt ihr einfach P drücken, wenn ihr wollt, oder hier auf diesen kleinen Füller klicken und hier können wir dann auf der Linie uns so ein bisschen so hochziehen, so einen Berg, klicken hier runter, klicken hier hin, machen, ja, das ist zu viel, machen hier hin, machen hier einen zweiten Berg und gehen hier wieder runter auf die Linie und gehen hier wieder rüber. Jetzt haben wir hier eine schöne Grafik. Das Ganze machen wir jetzt dunkel, das ist dieses typische, hier wird später ein Bild stehen, der Berg ist ein bisschen schief, das machen wir mal ein bisschen schöner, ziehen den so hier hin und jetzt, wenn ihr diese Spitze hier oben markiert habt, drückt ihr wieder A, damit wir unser Direktauswahlwerkzeug haben, drücken hier auf unseren Ankerpunkt, halten, Umschalt gedrückt, klicken hier auf den Ankerpunkt und hier, sodass wir hier diese drei Werkzeuge haben, um das Ganze wieder so ein bisschen abzurunden, damit das in unsere Grafik passt. Ihr seht jetzt, hier haben wir noch eine sehr harte Ecke, die klicken wir auch an und ziehen die ebenfalls so ein Stück hoch, dass das Ganze so ein bisschen abgerundeter ist. Außerdem klicken wir hier auf unser Rechteckwerkzeug, diesmal mit der rechten Maustaste wählen das Ellipsenwerkzeug aus, halten, Umschalt gedrückt und ziehen hier eine schöne Ellipse, die können wir jetzt, wenn wir V drücken, auch noch ein bisschen verschieben und haben jetzt hier unsere zweite Grafik. Die markieren wir uns, halten Umschalt gedrückt, drücken auf die Ellipse, drücken auf den Hintergrund, drücken wieder STRG und haben jetzt hier alles wieder markiert und das nennen wir jetzt einfach IMG. Das ist ein bisschen schlecht, nennen wir IMG. Jetzt haben wir unser zweites Feld fertig, jetzt können wir natürlich noch weitermachen und machen im Prinzip dasselbe genau nochmal. Machen hier oben wieder so ein Fenster, dieses Fenster wird diesmal rot, machen hier wieder so eine schöne runde Ecken rein, markieren uns das Ganze, drücken STRG C, STRG B, damit wir hier eine Fläche haben, drücken V, ziehen das Ganze hier so ein bisschen kleiner, machen das Ganze dunkel und holen es mit Anordnen in den Vordergrund und markieren das jetzt hier einfach so, dass es ungefähr passt. Wir können jetzt auch beide Flächen markieren, gehen auf Eigenschaften und sagen, wir wollen das Ganze mittig ausrichten, so ist es perfekt zentriert, das ist ein bisschen sehr viel abgerundete Ecken, markieren uns das Ganze STRG C, STRG B, können das jetzt hier rüberziehen, machen hier noch ein bisschen weniger und machen uns jetzt so ein bisschen dieses typisch gefakte Überschriftenfeld, drücken STRG B, äh, STRG V, STRG B, ziehen das Ganze hier runter, machen das ein bisschen schmaler, machen das ein bisschen kürzer, STRG C, STRG B und das wiederholt sich jetzt eigentlich nur, dass wir, ups, das wollte ich nicht, bis wir hier uns so ein komplettes Textfeld im Prinzip zusammengebaut haben. Das können wir jetzt einfach oder könnt ihr im Prinzip so aufbauen, wie ihr das für richtig haltet und so können wir jetzt hier im Prinzip vorgehen. Ich spule jetzt mal kurz ein bisschen vor. So, jetzt haben wir unser Feld hier fertig und können jetzt einfach auf Ebenen klicken, hier seht ihr unsere ganzen Ebenen, die können wir jetzt einzeln markieren, indem wir STRG gedrückt halten, äh, Umschalt gedrückt halten und können die jetzt alle mit STRG G in eine Gruppe schieben und sagen hier, äh, keine Ahnung, PROFILE. Heißt jetzt unsere Gruppe und jetzt haben wir zwei dieser wunderbaren kleinen Felder hier im Prinzip fertig, damit können wir schon eine ganze Menge machen. Wir können jetzt das hier auch noch ein bisschen kleiner ziehen, sodass es hier passt, ziehen das jetzt hier so ein bisschen runter, das hier oben so auf die Ecke rauf und das hier vielleicht auch noch ein Stück größer, dass es da so ein bisschen wieder drüber geht. So, jetzt haben wir hier unsere drei Felder fertig. Das sieht jetzt nicht nach viel aus. Ich finde, sowas ist ganz nett, das ist jetzt so eine 0815 Grafik, aber das ist nichts, wo man hingeht und sagt, ey, cool. Und zwar hier kommt nämlich unser 3D-Effekt, den wir jetzt benutzen. Dazu markieren wir jetzt als erstes unseren Browser und gehen hier oben auf Effekte und hier auf 3D und hier auf Extruieren und abgeflachte Kanten. Wenn wir das Ganze jetzt öffnen, kommt dieses schöne Fenster. Hier können wir jetzt hier unten erstmal das Vorschaufenster aktivieren. Hier muss ich sagen, wenn ihr einen sehr schwachen Rechner habt, was heißt, ihr habt vielleicht keine dedizierte Grafikkarte, was zum Beispiel in einem Notebook passiert oder auch einen Rechner, der schon etwas in die Jahre gekommen ist, dann könnte es sein, dass dieses Vorschaufeld enorm Leistung zieht. Vor allem, wenn ihr sehr aufwendige Grafiken 3D extrudiert, dann wird das Ganze sehr aufwendig. Dann solltet ihr das wahrscheinlich einfach ausmachen. Wenn ihr allerdings eine relativ gute Grafikkarte habt, also irgendwas mit einer 1050, dann sollte das kein Problem sein. Hier sagen wir jetzt einfach isometrisch. Und ihr seht schon hier im Hintergrund, verhält sich unsere Grafik jetzt wie so eine 3D-Grafik. Wir können jetzt hier sagen, ich möchte das Ganze nicht so hoch, sondern nur 10pt. Und jetzt haben wir hier unsere Grafik drin. Jetzt ist das Ganze natürlich erstmal einfach eine Effektfläche im Hintergrund. Wenn wir jetzt hier auf Eigenschaften drücken, können wir, beziehungsweise hier auf unsere Ebene auswählen, auf Eigenschaften gehen, seht ihr hier FX, also ein typischer Adobe-Effekt. Und hier haben wir 3D. Wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich wieder das Feld und kann das hier weiter bearbeiten. Und zwar wollen wir hier auf mehr Optionen noch etwas anpassen. Und zwar wollen wir unsere Umgebungsidentität auf 90% setzen. Das macht das Ganze nämlich einfach ein bisschen heller. Das finde ich persönlich schöner, als wenn man das so extrem dunkel hat. Diesen Effekt, den wir jetzt hier, wenn wir das ausgewählt haben, haben, können wir, wenn wir da draufklicken, auf diesen Effekt, hier auch theoretisch ändern in andere Effekte. Wir wollen jetzt aber genau das auch noch einfach auf unsere anderen Ebenen anwenden. Was heißt, ich klicke das an, klicke wieder hier oben auf Effekte, klicke auf 3D, auf Extrudieren, sag hier 10PT, sag hier 90 und setze das Ganze hier oben auf isometrisch von oben. Das drücke ich wieder auf OK. Und dasselbe auch noch mit unserer letzten Fläche, wieder genau dasselbe, Extrudieren, 10PT. Dann hier oben haben wir das Ganze isometrisch von oben, machen 90%, drücken auf OK und haben jetzt unsere Flächen. Die können wir jetzt hier so ein bisschen verschieben und haben damit schon mal so eine kleine Fläche gemacht. Allerdings haben wir jetzt eine 3D-Fläche, was schon deutlich interessanter aussieht, als unsere Grafik zu Beginn. Allerdings muss man sagen, das Ganze ist noch nicht so richtig gut. Was heißt, das alles hier wirkt noch nicht. Hier fehlt einfach noch was, und zwar die Tiefe, und das macht man durch Schatten. Um das Ganze zu machen, markieren wir uns jetzt unseren Browser, drücken STRG-C, STRG-B, haben jetzt den Browser zweimal. Wir klicken die untere Ebene an, also hier die untere Ebene markiert halten, gehen auf Objekte, gehen hier auf Aussehen umwandeln. So machen wir nämlich jetzt aus unserer Effektfläche einfach wirkliche Formen, wie ihr jetzt seht, hat er das in Formen umgewandelt, und können jetzt auf Eigenschaften gehen und das Ganze zu einer großen Form verschmelzen. Und hier sagen wir jetzt, diese Formen hat schwarz im Hintergrund. Jetzt gehen wir hier oben auf Effekte, während wir hier immer noch unsere zusammengesetzten fahrt, wir nennen das jetzt Browser Schatten, haben, gehen wir jetzt hier oben auf Effekte, gehen hier auf Weichzeichnungsfilter, gaussischer Weichzeichner, und sagen jetzt hier wieder Vorschau, und können das Ganze jetzt ein bisschen größer machen, sagen, okay, wir haben jetzt hier unseren Schatten. Das Ganze können wir jetzt, indem wir Umschalt gedrückt halten und mit den Pfeiltasten nach unten gehen, so ein bisschen nach unten machen, und ein Schatten ist vielleicht nie so richtig stark, was heißt, wir gehen hier mit der Deckkraft einfach ein ordentliches Stück nach unten, bis es uns gefällt, dass es so aussieht, wie wir das vorhaben. So finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Das Ganze machen wir jetzt noch ein bisschen höher, es war vielleicht ein bisschen viel, und so haben wir jetzt unseren ersten Schatten hinzugefügt. Natürlich müssen wir das selbe natürlich auch noch mit den anderen Grafiken machen, was heißt, Steuerung C, Steuerung B, das Ganze hier markieren, hier wieder einfach auf Objekte in Aussehen umwandeln, das Ganze in eine Form pressen, das Ganze dann nehmen, schwarz färben, hier oben auf Effekte wieder gehen, Weichzeichnungsfilter, gaussischer Weichzeichner, Form extrudieren, zack, und das Ganze ein bisschen nach unten ziehen, und hier können wir dann wieder unsere Fläche so anpassen, dass es uns gefällt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Manche mögen sehr starken Schatten, manche mögen eher ein bisschen dezenteren. Ich finde dezenteren eigentlich gar nicht schlecht, und die Position des Schattens sorgt im Prinzip ein bisschen dafür, wie stark oder wie hoch die Fläche irgendwo drüber fliegt. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt hier mit dem letzten auch noch machen, Steuerung C, Steuerung B, markieren das wieder, sagen, das Ganze wandeln wir jetzt wieder in Aussehen um, pressen das in eine Form, machen die Fläche wieder im schwarzen Hintergrund, sagen Effekte, sagen hier wieder Weichzeichnungsfilter, gaussischer Weichzeichner, und machen das Ganze jetzt sehr, sehr groß, so groß wollen wir das gar nicht, so, und ziehen das so ein bisschen nach unten. Dann können wir das Ganze, wenn wir das jetzt so machen und etwas kleiner ziehen, so in die Richtung, dann sieht das aus, als wenn es halt viel höher schwebt, sozusagen. Wir können das alles jetzt natürlich wieder ein bisschen sortieren, was heißt Profil, Schatten, hier sagen wir jetzt IMG, Schatten, und wir markieren uns unsere Flächen jetzt natürlich hier wieder und sagen Steuerung G und sagen Profil und hier diese beiden Flächen markieren wir natürlich auch, sagen Steuerung G, sagen hier IMG und diese beiden Flächen auch, Steuerung G, Browser. So, jetzt haben wir eine 3D-Fläche, das Ganze kann man natürlich, wie schon gesagt, beliebig anpassen, ihr könnt hier auch weiterhin den Schatten verändern, wenn man hier Doppelklick rein macht, können wir hier den Schatten auch stärker machen, wenn wir Lust dazu haben, und ihr könnt es beliebig verändern, wie ihr Lust und Laune habt. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video, ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, und eine Videobeschreibung, Facebook, Twitter, Instagram, schreibt einfach und sagt Hallo. Ansonsten, wenn ihr diesen Schatten unterstützen wollt, findet ihr dort auch einen Link zu Amazon Affiliate, beziehungsweise zu Patreon, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin viel Spaß. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin viel Spaß. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin viel Spaß.